Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, diesmal zu einer Folge meine Comic-Sammlung, in der ich euch nach und nach meine gesamte Sammlung präsentiere. Und ich habe mich, das ist glaube ich jetzt Folge 10 oder so, ich hatte das ja nochmal neu gestartet, habe das ja früher schon mal angefangen und habe ja halt alles schon mal erzählt, habe das halt dann irgendwann nochmal neu gestartet und davon ist die 10. Folge. Ich habe mich dazu entschlossen, jetzt die nächsten Folgen aus dieser Kategorie komplett der DC-Gravic-Novel-Collection zu widmen, nicht der aktuellen Batman-Collection, die gerade läuft, sondern der ursprünglichen DC-Gravic-Novel-Collection, die 2015 gestartet ist und in der sie halt so die besten, ihrer Meinung nach, besten Storys von DC halt nochmal reprintet haben, in Hardcover gepackt haben, zu einem sehr soliden Preis von 12,99 Euro. und ja, von dieser Collection gab es 150 Bände, ich glaube die lief bis 2018 oder so und noch so Special-Bände, die ich auch zum größten Teil habe. Ich habe nicht alles von diesen 150 Bänden, ich habe da mal 2015 halt mit angefangen, weil ich so ein paar Sachen, einfach ein paar Lücken füllen wollte und wie viele Parts das jetzt in dieser Comics, innerhalb meiner Comics-Sammlung werden, weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das ist halt Part 1, irgendwann werde ich mir das mal überlegen, in wie viele Parts ich das einteile und dann schreibe ich es euch rein, vielleicht schon in der nächsten Folge, die irgendwann vielleicht noch dieses Jahr kommt. Auf jeden Fall weiß ich es jetzt noch nicht, ich habe mir jetzt hier mal 10 Bände genommen, so die ersten, die ältesten 10, die ich habe. Also aus den ersten 12, die gekommen sind, habe ich glaube ich halt 10 Stück. Ja und die zeige ich euch jetzt nach und nach und erzähle ein bisschen dazu. Machen wir es so? Ja, ihr könnt ja jetzt nicht antworten, ich mache es halt so. Das Ganze hat wie gesagt 2015 angefangen mit Hush, Batman Hush Teil 1. Und bei Batman Hush war es tatsächlich so, dass ich damals, das kam ja im Jahre 2003 raus, in Deutschland, in den USA von Dezember 2002 bis November 2003, hier enthalten, also die Hush-Saga geht noch weiter, aber hier enthalten sind jetzt Batman 608 bis 613. Und ich hatte, die kamen damals bei uns bei Panini in Batman Die Neuen Abenteuer. Das war innerhalb der Batman Reihe ein zwölfteiliger Story-Arc. gezeichnet von keinem geringeren als Jim Lee, deswegen richtig geil optisch. Und ich habe das damals auch mitbekommen, hatte davon, oder habe davon auch zwei Ausgaben. Dieser Panini Heft-Serie, die werdet ihr auch im Laufe meiner Comics-Sammlung halt irgendwann sehen. Nur war es halt so, dass ich damals zu dem Zeitpunkt halt nur vereinzelt Comics gekauft habe. Das war so meine Phase damals und deswegen hatte ich die Serie nicht. Und dann hatten sie halt diesen ersten Band für 3,90 Euro Schnupperpreis oder so. Ja, habe ich mir gedacht, hole ich mir. Insgesamt muss man halt sagen, ich habe mir viel mehr in den letzten Jahren von dieser Collection geholt, als ich ursprünglich wollte. Ich wollte nur so ein paar Sachen haben. Deswegen, es gab hier ja auch ein Alex Ross-Rückenbild, wie man das aus den lustigen Taschenbüchern kennt. Das habe ich natürlich nicht komplett. Das war mir auch egal, weil ich wusste, ich werde nicht die ganze Sammlung kaufen, weil da auch ein paar Sachen drin sind, die mich nicht interessieren. Und ein paar Sachen, die ich sowieso schon komplett habe. Wie gesagt, hier bei Hush war es halt so, dass Jim Lee, der hatte 2002 schon Superman übernommen, dann einen super Run geschrieben, diese Geschichte mit dem Pre-Star. Werden einige von euch kennen. Habe ich auch von Panini, kommt irgendwann in der Sammlung. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja, dann machst du Hush mal komplett. Hast ja damals einen Teil von gelesen, fandst du richtig geil. Weil das Coole hier dran war halt, dass mit Hush ein ganz neuer Schurke eingeführt wurde, über den man am Anfang halt nichts wusste. Und das Schöne hier dran ist halt auch, dass du einen super Überblick über die Batman-Gegner bekommst, weil sie alle irgendwo, also die Hauptgegner alle hier mal auf ihn treffen. Und dann ist es halt auch geil gezeichnet. Im ersten Band als zweites Detective Comics 27 drin. Das ist halt, bei Igelmoss haben sie es ja so gemacht, dass sie immer noch so eine historische Ausgabe reinpacken, die irgendwie Bezug zur Hauptstory hat oder zum Charakter. Für den Charakter wichtig ist, in dem Fall für den Charakter wichtig, weil Detective Comics 27 aus dem Jahr 1939. Was ist damit? Ja, natürlich. Erst auftritt Batman. Und das Ganze wurde halt in zwei Bänden veröffentlicht, wo der Zweite dann auch diesen Schnupperpreis hatte von 8,99 Euro. Und danach ging es dann auf 12,99 Euro hoch. Das wusste man vorher schon. Ja, den Zweiten habe ich mir dann auch natürlich gekauft. Ich habe auch einen von diesen Bänden noch mal, ich glaube, von dem Cuts geschenkt bekommen. Also einen von diesen Bänden habe ich auch noch doppelt. Ich glaube, den ersten. Eventuell werde ich sowieso mal meine doppelten Sachen vielleicht hier mal verlosen oder sowas damit machen oder tauschen gegen andere Comics. Das muss ich noch mal gucken. Da muss ich mir noch mal einen Überblick verschaffen. Hier dann drin enthalten Batman 614 bis 618 vom Juni 2003 bis November 2003 und Detective Comics 33. Wo es, ja, das weiß ich gar nicht mehr, ist auch irgendeine historische Story, wo Batman irgendwas zum ersten Mal macht. Das weiß ich gar nicht mehr. Diese alten Storys habe ich auch gelesen, aber vieles davon ist nicht so artwork-technisch mein Fall. Das hier aber schon sehr gut, weil Jim Lee hat Batman halt richtig geil gezeichnet. Die beiden Bände findet man auch jetzt noch günstig. Kann ich jedem empfehlen. Dann habe ich auch direkt mal bei Band 3 zugeschlagen, kam in der Superman-Sonderband-Reihe auch raus, die ich sowieso nicht komplett habe. Und diesen Band, ich glaube, das gab es sogar in zwei Bänden, brauche ich dann auch nicht. Kryptons letzter Sohn. Ja, worum geht's? Ist geschrieben, glaube ich, von... Ja, Geoff Jones sogar geschrieben, der ja auch ein Assistent von Richard Donner war, der halt diese Superman-Filme gemacht hat, den ersten und ich glaube, den zweiten auch. Gezeichen von M.M. Kubert, auch so einer Legende. Ja, man trifft hier halt auch auf so einem Kind, das scheinbar von Krypton kommt und da muss er auch wieder gegen Dings hier... Ja, jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein, gegen sein General Sword natürlich. Muss er auch ran und so weiter und so fort. Hat mir sehr gut gefallen. Guter Comic. Hab ich halt auch gekauft, weil ich da noch nicht wusste, dass ich sowieso mal diese Superman-Sonderband-Reihe voll machen will. Das hätte ich mir vielleicht auch da gekauft. Band 4 hatte ich mir dann auch gekauft, auch so ein Lückenfüller. Justice League, Turmbau zu Babel, JLA 43 bis 46, ist aus dieser berühmten 90er-Jahre Grant Morrison Justice League-Reihe, wobei ich gar nicht mehr weiß, ob er hier sogar noch als Autor da ist. Hier ist es nämlich schon Mark Waid, und Howard Porter zeichnet halt. Sehr interessantes Ding, weil dort rauskommt, dass Batman für den Notfall gegen alle seine Justice League-Mitglieder Pläne hat. Also wenn die mal ausflippen, dann weiß er, wie er die auszuschalten hat. Und diese Pläne geraten jemand anderem in die Hände, der halt nach und nach alle Justice League-Mitglieder ausschaltet. Und Batman ist praktisch schuld. Sehr interessantes Ding, weil das hier auch wieder anspiele, beziehungsweise darauf dann auch später, in späterer Zeit immer mal Bezug genommen wird. Ja, Batman, der war ja so misstrauisch gegenüber seinen JLA-Mitgliedern. Howard Porter, damals sehr geil noch gezeichnet. Danach hatte er irgendwann einen Schlaganfall, und dann ging das nicht mehr so gut. Der arme Mann. Band 5 habe ich dann auch direkt, habe ich ja letztens schon drüber gesprochen, weil ich mir dann noch ein paar Bände geholt habe, ist halt aus dieser Superman-Batman-Reihe. Es gab ja mal World's Finest früher, ganz früher, wo sie halt Superman und Batman immer so in so einem Team-Up waren. Nach der Crisis on Infinite Earths hatten die ja ein anderes Verhältnis zueinander, nicht so sehr Freunde, sondern eher so misstrauische Kollegen. Und man hat ja dann 2003 wieder so eine Batman-Superman-Team-Up-Reihe gemacht, die auch relativ lange lief, startet hier Oktober 2003. Hier sind die ersten sechs Ausgaben drin. Zu dem Zeitpunkt ist Lex Luce der Präsident. Ja. Und davon kamen insgesamt, werden wir innerhalb dieser Reihe fünf Bände finden, die ich alle habe. Davon, von dieser Reihe hatte ich damals nämlich auch nur, oder habe das halt auch noch, damals auch nur so ein Panini-Heft. Kam bei Panini auch in Heftserie. Dann, für mich sehr interessant, weil ich das alles versucht habe, relativ voll zu machen. Ich habe den nicht ganz voll, aber ich habe jetzt alles davon, was ich brauche, so die wichtigsten Sachen vom Geoff-Jones-Run an Green Lantern. Und der hat innerhalb seines Runs halt auch Secret Origin geschrieben. Der hatte ja Hal Jordan wieder zu Green Lantern gemacht, nachdem der mal auf Abwege gekommen ist. Ich sage nur Parallax und so. Hatte den ja wieder als Green Lantern praktisch, es gab ja Green Lantern Rebirth. Dann hat er diese Reihe geschrieben und das ist halt ein Teil dieser Reihe der Green Lantern 24 bis 35 des damaligen Volumes. Und ja, absolut top. Ist eigentlich die Origin, die man auch von früher kannte, aber halt angereichert, weil er hier schon die Grundsteine dafür legt, dass es später zu Blackest Night kommt und so weiter und so fort. Auch das Verhältnis zwischen Sinestro und ihm wird hier nochmal aufgearbeitet. Absolut top. Das Cover finde ich übrigens nicht so toll. Lasst euch davon nicht abschrecken. Es ist richtig geil gezeichnet. Es ist, glaube ich, von Ivan Rice gezeichnet, der es auch sehr gut macht. Ähm, richtig geil gezeichnet, äh, habe ich letztens erst gelesen und, äh, ja, Ivan Rice, der Zeichner, genau, hat mir super gefallen als, als, ähm, historische Ausgabe hier drin, Showcase, äh, Nummer 22. Dann, ähm, von der hatte ich lange nicht viel. Mittlerweile ist da einiges in meine Sammlung gekommen. Wonder Woman, die dunkle Seite des Paradieses. Aus dem dritten Volume, was, glaube ich, 2007 mal gestartet war, ist das hier Heft 14 bis 17. Aus dem Volume sind auch noch ein paar Ausgaben innerhalb dieser Reihe. Äh, ja, da trifft sie zum Beispiel auf Captain Nazi. Ja. Der, äh, der mit seinen Horden, die Paradiesinsel belagert. Captain Nazi, auch ein geiler Name irgendwie. Da ist Name Programm. Da haben sich die Amis ja wieder viel ausgedacht, um einen deutschen Bösewicht, äh, zu präsentieren. Ja, dann, äh, hier noch so ein paar historische Ausgaben von Wonder Woman drin. Von 1959. Das ist aus dem Jahre 2008, wie gesagt. Die Serie hat 2007 gestartet, äh, fand ich richtig cool. Ist auch, äh, gut ge-, ist auch gut gezeichnet. Ja, nicht Spaß dran. Äh, gerade in dieser Collection habe ich mir einiges von Wonder Woman noch gegönnt. Was ihr hier alle sehen werdet. Dann, JLA, das erste Jahr, kam auch mal, ne, kam bei Dino sogar raus. Äh, ich weiß nicht, ob Panini das auch noch mal gebracht hat. JLA, das erste Jahr, aus dem Jahre 1998 und zwar, äh, ja, zeigt halt das erste Jahr der Justice League. Und zwar der Justice League aus den 90er Jahren. Der Grant Morrison Justice League ist aber hier nicht von Grant Morrison geschrieben, sondern auch von Mark Waid und Barry Kitson gezeichnet. ist aber die Inkarnation, die halt Grant Morrison, äh, eingeführt hatte in den 90ern. Ja, und da sieht man halt mal das erste Jahr. Auch in zwei Bänden gekommen war, eine zwölfteilige Maxi-Serie, die halt noch mal, äh, zeigen sollte, wie diese aktuelle, damals aktuelle Justice League zusammengekommen ist. Hat mir sehr gut gefallen. Das einzige, was mir hier dran nicht gut gefallen hat, ist, und das war in der gesamten, nicht in der gesamten Collection, aber am Anfang, äh, oft ein Problem. Bei den anderen Bänden, die ich bisher gezeigt habe, nicht so. Aber hier in diesen beiden Bänden sind auch relativ viele Rechtschreibfehler drin, was nicht so toll ist. Ansonsten hat es mir aber ganz gut gefallen. Und den Abschluss dieser ersten Folge macht dann hier noch Flash, äh, Born to Run. Genau. Born to Run, das ist aus diesem ähm, Volume, zweite oder dritte Volume, was irgendwann, äh, Ende der 80er oder so gestartet ist, mal ursprünglich. Und zwar, ähm, ist das hier, das Volume rund um Wally West als, äh, Flash, der ja in den 90er Jahren Flash war. Denn in den 80ern, in Christ on Infinite Earths, ist ja Barry Allen, äh, vermeintlich als Flash gestorben. Kid Flash, der damalige Kid Flash, Wally West, tritt in seine Fußstapfen. Und in diesem Story-Arc, der halt aus den 90ern jetzt ist, äh, hier sind drin so Flash 62 bis 65 und so ein paar Annuals und Giant Size Page, also so ein Giant Size Special und so weiter. Aus den Jahren 92, 95, 97, 98. Ja, das zog sich ja. Aber da auf jeden Fall bei der Hauptstory, ähm, geht's halt darum, dass Wally West nochmal an seine Anfänge zurück, äh, denkt, wie er Flash geworden, äh, wie er Kid Flash geworden ist und wie er dann Flash geworden ist, sich damit auseinandersetzt, äh, ob er der richtige Nachfolger für Barry Allen ist, ob er dem, der, der Aufgabe des Flash eigentlich gerecht wird. Wird von Mark Raid geschrieben, äh, wird Cain wieder, ähm, Schnappatmung bekommen, weil er den Mark Raid nicht so gerne mag. Ich fand's ganz cool, aber auch hier, dieser Band hat halt, wie die beiden Bände zuvor, das Problem, dass da relativ viele Rechtschreibfehler drin sind, also wenn ihr das irgendwo anders findet, dann kauft das auf jeden Fall in einer anderen Version. Genau wie diese beiden Bände kauft die von Dino, ähm, da kamen die in so Specials bessere Übersetzung. Die anderen Bände davor waren ganz okay und viele der weiteren Bände dann auch irgendwann, aber ein paar Bände hatten halt so diese Rechtschreibprobleme. Dieser Band halt auch. Das ist der Abschluss der ersten Folge, schreibt ihr mir mal rein, ob ihr das gut findet, dass ich dir jetzt nach und nach diese ganzen Igelmos-Sachen euch präsentiere, ja, was ihr davon habt, von diesen ersten Bänden, was ihr von diesen Storys kennt vor allem, gerne ein Like hinterlassen, wenn es euch gefallen hat, gerne Glocke aktivieren, gerne abonnieren und so weiter und so fort, ja, dann wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag oder schönen Abend, wann immer ihr das Video sehen werdet und wann immer es kommen wird. Bis dann, ciao!